Nächste Aufnahme, weiter geht's und jetzt mal motiviert. Das war das grad geil, Alter. Ich wurde die ganze Straße vom Tank gepusht. Okay, welcher Squad bist du? Delta. Ähm, Delta? Bist du gar nicht. Ich bin Verteidiger. Ich bin auch Verteidiger. Team Setup Delta. Da ist Fuel Table, Colxi und Ankio. Du nimmst drin, ich bin US. Achso, ne, ich bin Angreifer, sorry. Die Wäsche oben. Ich bin Verteidiger, da bist du nicht drin. Au, 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 lass das. Nein, heute nicht. Nichts schon wieder so los. Lass das, ich lass das. Ja, es geht schon, glaub ich, wieder so los wie die letzte Aufnahme. Ja, weiß, kill abgesenkt. Noch ein Eifer. Alter, okay. Ja, kommt zu zweit rein. Kein Problem. Ich mach ein 200er Boost, ja. Ups. Nein, das will ich nicht. Das ist das. Gut, dass die Dinger immer so leer sind. Ah, naja. Ich denke, keiner hat Bock auf Laufen. Ich hab dich versagt für den Freundlichen, denn wir fangen endlich von dir. Geh dir das Altersspiel an. Greif jetzt das Altersspiel an. Eben hecken dran. Ah, Jens. Töd. Töd. Ich hab dich getötet. Ja, ich seh's. Vor allen Dingen ein nicer Satz. Dem anderen hab ich 99 gezogen. Alter. Weil ich den Satz anfangen wollte. Töd. Äh, tot. Mit der scheiß Granate. Au. Da war ein Tank. Naja. Ich hab halt gedacht, ich wäre Mr. Sneaky vor dem Herrn. Aber noc4, cheap trolling. Kick-Bun. Oh maaan. Warum denn nicht? Da ist irgendwo Glitch-Dead-Bun, Racism-Bun, ja, genau. Ähm. So, okay. Wenn ich mal in diesem Ding das Router wäre, also Garner, dann würde ich auch mal mitfahren. Fährt das eigentlich mal der gleiche, weil die Tarnung ist glaube ich die gleiche wie gerade eben. Ich hätt auch gern diese, diese, diese weiße Hai-Tarnung. Kommt mal, wenn man eine gewisse Anzahl an Fahrzeuge zerstellt hat. Kommt schon geil. Ich stehe auch glaube ich kurz davor, die Fall zu schalten. Benz, bist du wieder da, wo du gerade eben warst. Aua. Ja. Ja, ich nämlich auch. Jetzt bin ich tot. Leute, retzten. Also ich muss sagen, beim Jem-Team geht's mittlerweile mit retzten. Also ich bin da unten auch gerade eben nüchtern. Wir müssen echt mal irgendwie gucken, dass wir das, das M-Com scharf kriegen. Ja, ich bin da unten auch gerade eben nüchtern. Ist C4-M-Com erlaubt? Äh, ich weiß nicht. Steht ja nichts drin. Der steht echt nicht drin. Ach schade, hätte ich klappen können. Äh, von vorne geht schon aber nicht. Von vorne lasse ich das mit uns mal. Stellung zu wechseln. Wollen wir mal. Den Punkt schmeckt. Ja geil, jetzt smoked euer Team wieder. Das lieb ich. Da sieht man nämlich nix mehr. Oh, das war knapp. Da hat auch einer glatt mal wieder mit seinem scheiß RPG auf mich geschlossen. Okay, irgendwie ist mein Team zu dumm zum rushen. Ja, ich fühle jetzt schon. Ja, ich weiß, das ist echt traurig. Ich mach jetzt mal MG4 und der Tag gehört hier. Und mit so nem guten MG4, da fühle ich mich schon viel... Also, da fühle ich mich wesentlich wohler. Weil... Liegt halt einfach ein dickerer Brocken in der Hand, ne? Okay, das hört sich falsch an. ... Ich weiß nicht, das ist noch fast noch. Ich weiß nicht, das ist noch einfach. funktioniert ich wollte ich durchpushen ach nö und jetzt ist mein fort verschwendet alter kommen da jetzt viele ja geil easy aber echt so ich würde sagen das mache ich dann wieder als aufnahme ich gucke dann immer dass ich die aufnahmen zusammenhängt mache mache ich immer pro pro karte eine folge also das war die zweite folge also die erste folge hat ganz gut aus so